Hallo! Du schaust gerade die 64. Teen Edition. Ein Beruf aussuchen, eine Bewerbung schreiben, schnuppern gehen, um sich beim praktischen Arbeiten zu beweisen, ist schon lange nicht mehr alles, was es braucht, um eine Lehrstelle zu bekommen. Wenn du momentan gerade im Bewerbungsprozess bist, weisst du, worum ich spreche. Zwei neue Arten, was ein Arbeitgeber alles verlangt, dass man eine Lehrstelle bekommt, zeigen wir euch jetzt. Da viele Kantone bei den Schulzeugnissen nach anderen Kriterien folgen, hat man im Jahr 1996 beschlossen, einen Eignungstest namens Multi-Check einzuführen, damit man die schulischen Leistungen von jeder Schülerin und jedem Schüler aus allen Kantonen gleichberechtigt auswerten kann. Fünf Jahre später ist dann ebenfalls mit der gleichen Absicht der Basic-Check eingeführt worden. Doch irgendeinen Unterschied müssen die beiden Tests ja haben. Keine Ahnung, ich habe nicht mehr den Multi-Check gemacht. Ich weiss es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, der Basic-Check ist für die, die Informatiklehre machen wollen. Den Multi-Check habe ich selber gemacht. Ich mache das KV. Der Basic-Check ist vor allem für allgemeine Prüfe, wie zum Beispiel Baubetrieb oder Textilien oder Gärtner. Und der Multi-Check ist für die, die das KV machen wollen, oder eben auch die Informatiker oder Kochlehre. Der Basic-Check ist berufsneutral. Der Multi-Check ist berufsfeldbezogen. Die Anforderungen vom jeweiligen Beruf werden dann gefragt. Der Basic-Check ist darauf ausgerichtet, das allgemeine Wissen von einem Menschen zu testen. Er unterteilt dich, in welche Kategorie von Beruf du gehörst. Er sagt dir, welcher Beruf für dich gut wäre in Zukunft. Und der Multi-Check ist speziell auf deinen Beruf ausgerichtet. Das heisst, ich habe auch den Multi-Check gemacht für Polymechaniker und er hat mir gezeigt, wie fest ich für diesen Beruf geeignet bin. Es hat auch mir in der Berufswahl sehr geholfen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich wirklich eine Konstrukteurin werden möchte. Und der Multi-Check hat mir einfach gezeigt, dass ich gut dafür geeignet bin. Und es war dann wie eine Bestärkung. Worin beide einheitlich sind, ist, dass von beiden Tests viel abhängt, ob man schlussendlich eine Lehre oder ein Praktikum bekommt. Vielleicht sind sogar im Bewerbungsdossier am meisten massgebend. Es kommt ja auch auf die Noten an und so. Also glaube ich nicht, dass es ausschlaggebend ist. Ich habe es so erlebt, dass sie wirklich sehr auf den Basic-Check geschaut haben. Und sie haben gefunden, wenn der Basic-Check gut war, dann sind auch die Schulnoten nicht so wichtig gewesen. Es ist sehr vorteilhaft, wenn man den Multi-Check macht. Und es wird ja eigentlich immer verlangt. Also ich finde es nicht schlecht, vor allem kann man sich auch selber einschätzen, wie gut man eigentlich ist. Wenn das Zeugnis nicht so gut ist, dann ist es für den Multi-Check gut. Dann kann man so etwas auch wieder gut machen. Dieses Testergebnis vom Multi-Check bzw. Basic-Check ist nur ein Element im Bewerbungsdossier. Das sind auch noch andere, also die Schulzeugnisse, zum Beispiel in den letzten drei Schuljahren. Da sieht man den Verlauf, die Entwicklung eines jungen Menschen. Patrick Klisser von der Schule für Förderkurs sagt zudem in seinem Mail, dass Ordentlichkeit im Bewerbungsdossier sowie die Position der Kürze beim Arbeits- und Sozialverhalten im Schulzeugnis genauso wichtige Rollen spielen, damit man, wenn man sich bei ihnen bewirbt, die Chance hat, im Bewerbungsprozess eine Runde weiterzukommen. Und auch der Knecht findet, dass das Ergebnis des Eigentests nicht alles ist, was zählt. Wichtiger als die Darstellung und der Perfektionsgrad des Dossiers ist der allgemeine Eindruck. Er sollte Persönlichkeit haben, er sollte begeistern und man sollte spüren, dass irgendwo das Interesse, die Begeisterung für den gewählten Beruf wirklich aufgezeigt wird. Also wir nehmen ihn auch wahr als Mensch. Uns hat es noch Wunder genommen, wie ein Zukunftspläne aussehen. Wird es bald noch einen weiteren Eigentest geben oder werden die bereits vorhandenen einfach schwerer? Ich denke schon, dass es weitere Testverfahren geben wird. Ob sie dann schwerer werden, das werden wir sehen. Die Leistungen, die man heutzutage von den Jugendlichen verlangt, sprechen dafür, dass die Testverfahren auch etwas schwerer werden. Natürlich wollen wir auch noch wissen, wie unsere Testperson Tests empfunden hat und wie ihr das Fazit aussieht. Ich habe den Basic-Check etwas einfacher empfunden, da man jetzt das Grundwissen testen musste und nicht wie hier alle komplexen Fragen beantworten. Wie hast du den Multi-Check empfunden? Ja, er war eher schwieriger, weil es dort ziemlich komplexe Aufgaben hatte, die nicht so einfach waren zu lösen. Glaubst du, die beiden Eigentestes werden dir helfen, für zukünftigen Beruf zu suchen? Ja, ich glaube schon. Denn die meisten Lehrbetriebe finden es auch besser, wenn du die zwei Eigenteste abgehst und du bekommst auch ab einfacherer Lehrstelle. Also, gratuliere zur Lehrstelle. Bis zum Abend. Danke. Ade, ich passe und bis bald. Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Aber nur fast. Etwas haben wir noch. Als kleiner Tipp. Handys strahlen Calcium aus und Knochen brauchen Strahlen. Oder? Nach der neuesten Studie hat man entdeckt, dass ein Handy viel zu viel Calcium ausstrahlt. Findest du das nicht ein bisschen gefährlich? Es könnte Milch einsparen, wenn es viel Calcium ausstrahlt. Also, wir müssen weniger Milch trinken wegen dem Calcium-Gehalt. Darum finde ich es eigentlich eh noch gut als gefährlich. Ja, ich weiss nicht, ich habe es nicht gesehen im Fernsehen, aber... Calcium? Das ist Bullshit, oder? Ich kenne mich nicht aus. Aber ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, weil heutzutage jeder hat das Handy. Also, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand wegen der bleibenden Schäden hatte oder so. Nein, nicht so ehrlich. Ich finde das eigentlich schon blöd, aber ich bin selber so viel am Handy. Und ja, das, was rausgekommen ist, ist behindert eigentlich. Ich habe gehört, dass er über Strahlen hält und so, und dass es nicht so gut ist, aber sonst weiss ich nicht. Das Calcium ist ja sehr gefährlich für den Körper. Ja, ich weiss. Würdest du das Handy jetzt weniger benutzen oder sogar ganz darauf verzichten? Nein. Ich würde trotzdem mein Handy so lange, wie ich benutze. Normal, wie immer. Ich denke, es hilft nicht so viel, wenn ich jetzt nur das Handy weniger benutze. Ich meine, das müsste dann schon eine Menge von den Leuten machen, aber ja. Du findest in diesem Fall auch, dass sich etwas ändern muss, und dass das Handy eben nicht mehr Calcium ausstrahlen sollte? Also, wenn es... Ja, eigentlich schon, ja. Ja, einfach eine neue Studie mitbelegen, dass es vielleicht etwas verhindern kann oder etwas verringern kann, aber das Handy passt sich immer noch. Nach einer neuen Studie hat man entdeckt, dass das Handy viel zu viel Calcium ausstrahlt. Finden Sie das ein wenig gefährlich? Nein, natürlich nicht. Das ist ja gut für die Knochen. Hallihallo und herzlich willkommen zu der Youth Edition 64. Zum Glück haben wir in der Schweiz nicht nur Pflicht, sondern auch Recht. Eins von denen ist das sogenannte Stimm- und Wahlrecht. Nicht jeder macht aber davon Gebrauch. Wir sind der Frage nachgegangen, wieso nicht jeder wählen geht und was es für Alternativen gibt, um in Zukunft Leute dafür zu animieren. Dank der einzigartigen Form von Demokratie kann das Schweizer Volk in der Politik direkt mitreden. Trotz dem Privileg ist Stimm- und Wahlbeteiligung vor allem bei jungen Erwachsenen extrem klein. Im Schnitt nehmen nur 30% der stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer zwischen 18 und 25 an eidgenössischen Abstimmungen teil. Es ist häufig zu kompliziert und es gibt zu viele Dinge, wo man abstimmen muss. Ich finde es jetzt nicht so spannend. Einfach die Stimme abgeben. Oft fehlt mir Zeit. Ich habe noch zwei kleine Kinder. Manchmal leise ich mich nicht zu. Und wenn ich nicht sicher bin, gehe ich nicht abstimmen. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie man mehr junge Erwachsene so abstimmen und wählen bewegen kann, haben wir mit Peter Moser, Politwissenschaftler beim Statistischen Amt Zürich, über E-Voting geredet. E-Voting funktioniert eigentlich so, dass die Stimmunterlagen ganz normal rüber kommen. Aber man hätte die Möglichkeit, die Stimme nicht per Gouvert wieder zurückschicken oder an den Turnen zu bringen, sondern man kann das per Internet machen. Heute ist sowieso alles gerade auf Internet. Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Es könnte wirklich gerade auch die Jungen vielleicht mehr dazu bewegen, abzustimmen, wenn sie das nicht über das Internet machen. In der Testphase hat der Kanton Zürich das System während drei Jahren ausprobiert. Natürlich war damit auch die Hoffnung verbunden, dass man vor allem bei den jungen Schweizerinnen und Schweizer die Stimmbeteiligung erhöhen kann. Die Stimmbeteiligung im Ganzen ist etwa gleich geblieben. Das ist eigentlich ein Ersatz der Briefwahl stattgefunden. Es ist nicht so, dass irgendwo neue Wählerschichten dazu gewonnen werden. Auf Facebook sind sich Teilnehmer der Umfrage einig. Sie würden es alle begrüssen, per Internet abzustimmen können. Es würde natürlich die Sache, je nach System, für die Bürger viel einfacher machen. Man sitzt einfach an dem Computer, gibt die Stimme ab und hat das ganze Ding mit der Post nicht mehr. Und was natürlich für den Staat, der das organisiert, auch ein Vorteil kann sein, wenn das sehr viele Leute machen würden, es gibt nicht viel weniger zu zählen. Der Bund plant zwar, das System flächendeckend einzuführen. Bis das der Fall ist, wird aber noch einige Zeit vergehen. Was gibt es für andere Möglichkeiten, das Schweizer Volk zum Abstimmen und Wählen zu motivieren? Videoclips für die Jungen, die die verschiedenen Parteien klären. Nicht mehr so viele Abstimmungen dafür, nur noch wichtige Dinge zum Abstimmen zu bringen. Wir sollten das Prinzip etwas verjüngt werden und nicht so konservativ bleiben, wie es jetzt ist. Obwohl es noch möglich ist, das Abstimmen und Wählen in der Schweiz attraktiver zu gestalten, liegt es hauptsächlich an uns Bürgerinnen und Bürger, uns für unser Land zu interessieren und unsere einzigartigen Möglichkeiten, in der Politik mitzureden zu nutzen. Am Anfang kann die Umstellung auf eine etwas andere Lebensart eine Herausforderung für dich sein. Zum Glück wirst du aber jemand wie ihn an deiner Seite haben. Es gibt Leute, die ihr stundenlang von ihren Geschichten erzählen. Er ist zwar nicht Italiener, aber am besten versteht er dich auf Italienisch. Basile bedeutet mir sehr viel, weil er verbringt natürlich jeden Tag mit mir. Ich mache alles mit Basile. Ich gehe mit ihm arbeiten, ich gehe mit ihm einkaufen, ich gehe mit ihm lädeln, ich gehe selbstverständlich auch mit ihm viel laufen. Sie sind für ihre Treue und Lebenswürdigkeit bekannt. Ihre aussergewöhnliche Fähigkeit, neue Tricks zu lernen, macht Hunde zu hervorragenden Helfern. Nach einer Ausbildung zum Blindenhund können sie sogar sehgeschädigte Menschen sicher zu ihrem Ziel führen. An der Blindenhundschule Alschwil werden die Hunde gepflegt und auf ihre Rolle als Blindenhund vorbereitet. Verschiedene Instruktoren übernehmen die Hunde ab einem bestimmten Alter und trainieren sie. Wie funktioniert das dann? Wie wird ein Hund ausgebildet zum Blindenhund? Grundsätzlich muss er einfach mal lernen, dass wenn er das Feuergeschirr anhat, dass es ein anderes Gesetz gilt, dass er auf Kommandos losen muss und dass er auch im Feuergeschirr ziehen soll, also im Gegensatz zu der Leine. Es wird aufgebaut mit ganz einfachen Geradeausstöcken im Feuergeschirr und dann kommen langsam Bodenhindernisse dazu, dass er vor denen anhalten soll und erst auf das Kommando, um weiterzugehen, dann weiterlaufen kann. Dass der Feuerhundehalter dann auch Zeit hat, das mit dem Blindenstock abzuklären. Richtungsänderungen, rechts und links, verschiedene Örtlichkeiten anzuzeigen, wie Stagen, Einstieg in Tram und Zug, Türen anzuzeigen. Klingt so, als würde er am Schluss ziemlich viel können. Zu früh fängt man mit der Ausbildung aber nicht an. Zallererst dürfen die Welt belernen, die Schule auf eigene Pfote zu erkunden. Durch das Selbstständige entdecken und das Meistern von Herausforderungen wie eine Klima von Treppen, wächst das Selbstvertrauen der kleinen Hunde. So werden sie auch später für den unruhigen Alltag eines Blindenhunds geöffnet sein. Und mit der Mami, die noch für die Kleine da ist, wirkt die grosse Welt schon viel weniger bedrohlich. Auffallen ist, dass die meisten Blindenhunde Labrador sind. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Es ist eine sehr arbeitsfreudige Rasse. Und es ist auch eine Rasse, die wenig Aggressionen kennt mit anderen Lebewesen. Das ist auch sehr wichtig. Und sie sind gesundheitlich sehr robust, anhänglich. Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und dem Blindenhund ist sehr wichtig. Wer benimmt denn welche Rolle in der Beziehung? Jemand, der schon seit Jahren mit einem Blindenhund lebt, kann es genauer erklären. Also der Basile tut mich ganz klar vieren. Er tut Hindernisse umgehen. Er hält vor Stufen, Treppen an. Er zeigt mir Türen, wenn ich ihm das Kommando gebe, Porta. Er zeigt mir Zebrastreifen, Verkehrsmittel und so weiter. Das ist das, was der Basile kann. Was ich entgegen ihm geben muss, ist Sicherheit. Das heisst auch, ich muss auch eine gute Orientierung haben. Ich muss meine Wege kennen, die ich hin möchte. Ich muss auch im Basile ganz klar vermitteln können, ob ich jetzt nach rechts oder links möchte. Ob ich jetzt eine Türe suche oder ob wir ins Tram steigen wollen und so weiter. Denn das kann sonst der Basile nicht wissen, was ich eigentlich machen möchte. Wir haben ja etliche Wege, die wir zusammen gehen. Und dann muss ich ihm das eben so vermitteln können. Der Hund hat also schon eine wichtige Aufgabe. Viele haben wegen dem das Gefühl, dass ein Blinderhund eine Art Superhund ist. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Blinderhund und einem Familienhund? Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Der Blinderhund lernt einfach im Laufe der Ausbildung, dass wenn er das Feuergeschirr an hat, dass er dann auf bestimmte Kommandos hören muss. Und sonst ist er ein Hund wie ein anderer auch. Ein Blinderhund ist also wie ein normaler Hund, der einige Tricks mehr drauf hat. Er ist keine Maschine, die genau weiss, wo es durchgeht. Dass es gar nicht so einfach ist, sich von einem Hund zu leiten lassen, hat ein Mitglied der Videogang durch einen Test am Ende noch selber erfahren. Sehr entspannt, hat er nicht ausgesehen. Übrigens, für all diejenigen, die gerne mal einem Hund erziehen helfen wollen, die Blinderhundschule Allschweil sucht immer wieder Paterfamilien, die sich für ein Jahr um einen jungen Hund kümmern. Denn ein Blinderhund sucht für einen normalen Hund viel Kontakt zu Menschen und ein schöner Ort zum Aufwachsen. Und sind wir mal ehrlich, wer kann schon zu so einem Gesicht nein sagen? Von der heutigen Top Edition wäre es das schon wieder gewesen. Beim nächsten Mal geht es unter anderem um Autofahrerab 16 und einen ganz speziellen Audio-Podcast. Bis dann, tschüss! ZНе Musik und Bis zum nächsten Mal.